Dorilana In der schönen und friedlichen Ebene des Flusses Saddam lebten einst ein Grundbesitzer und seine Frau mit ihrer schon herangewachsenen Tochter Dorilana. Der Grundbesitzer war ein strenger Vater und häufig schlug er seine Tochter. Und jedes Mal, wenn er zornig war und sein Kind schlug, sagte er, wenn du dich weiter so benimmst, Dorilana, wird dich Papak Seloka nicht zur Frau nehmen. Flussaufwärts fast am Oberlauf des Saddam lebte ein anderer Grundherr mit seinem einzigen Sohn, der Papak Seloka hieß. Auch er zürnte häufig mit seinem Sohn und immer, wenn er ihn schlug, sagte er zu ihm, wenn du dich weiter so schlecht benimmst, wird dich Dorilana nicht zum Mann nehmen. Dies wiederholte sich oft. Jedes Mal, wenn die beiden Grundherren ihre Kinder zürnten, äußerten sie bestimmt eine solche Drohung. Da wuchs in Dorilana mehr und mehr der Wunsch zu erfahren, weshalb ihr Vater ihren Namen mit dem von Papak Seloka verbannt, wo ein Mann dieses Namens wohne und wie er wohl aussehe, wenn ihre Eltern ihn so rühmten. Mit der Zeit war ihr Wunsch so groß geworden, dass sie sich schließlich aufmachte, nach dem Kampon des Jünglings zu suchen. In den Kleidern eines Mannes wanderte sie flussaufwärts. In jedem Kampon, durch das sie kam, fragte sie, wo ein Jüngling namens Papak Seloka lebe. Alle Leute, die sie fragte, zeigten flussaufwärts und so ging Dorilana immer weiter in dieser Richtung. Als sie schließlich im Kampon von Papak Seloka ankam, ging sie geradewegs zum Haus des Jünglings. Sie erkannte, dass Papak Seloka tatsächlich schön, geschickt und kräftig war. Dorilana entbrannte in Liebe zu ihm und sie suchte nach einer List, wie sie ihn zum Mann bekommen könnte. Zu dieser Zeit wollte Papak Selokas Eltern ein neues Haus bauen. Da ging Dorilana zu ihm hin und erklärte, sie sei Zimmermann und könne Häuser bauen. Papak Selokas Eltern freuten sich und baten Dorilana, ihr Haus zu errichten. Dorilana ging in den Wald und, wie man erzählt, brauchte sie sich beim Bauen nicht anzustrengen. Sie nannte nur das, was sie wünschte, und dem Nu war alles verrichtet. Wenn sie sagte, Hauspfosten, stell dich auf, stand der Hauspfosten in einem Augenblick da. In wenigen Minuten war das Haus fertig, ausgerüstet mit allen notwendigen Gerätschaften. Jetzt war Dorilana die Götter, das Haus aus dem Wald vor das schon recht baufällige Haus von Papak Selokas Eltern zu bringen. Die waren sehr erstaunt über das Wunder, das Dorilana vollbracht hatte. Nachdem das Haus mit einem Fest eingeweiht und viele Büffel und Schweine den Göttern zum Opfer geschlachtet worden waren, kam die Zeit, den Zimmermann Lohen zu hohen. Zuerst boten Papak Selokas Eltern Reis. Doch Dorilana wehrte ab. Auf ihrem Sawa stehe genug Reis. Als die Eltern mit Büffeln bezahlen wollten, erklärte Dorilana, in ihrem Pferch stünden schon viele Büffel. Als sie mit Silber bezahlen wollten, meinte Dorilana, sie brauche kein Silber. Zu Hause habe sie genug davon. Schließlich fragten Papak Selokas Eltern, ob sie mit Gold entlohnen dürften. Dorilana antwortete, sie habe genug Gold zu Hause und es mangelte ihr nicht daran. Die Eltern wussten sich keinen Rat mehr. Womit sollten sie sie bezahlen? Währenddessen war Dorilana für eine Weile in das Haus gegangen und kam jetzt in Frauenkleidung wieder heraus. Sie war hübsch und anziehend vom Aussehen. Dorilana nannte Papak Selokas Eltern ihren Namen und verlangte Papak Seloka zum Lohn. Denn sie kenne seinen Namen schon lange und liebe ihn. Papak Selokas Eltern legten dem kein Hindernis in den Weg, zumal sie doch selbst Dorilana so als Schwiegertochter gewünscht hatten, dass sie jedes Mal, wenn sie mit Papak Seloka zürnten, Dorilanas Namen erwähnt hatten. Schließlich heirateten Papak Seloka und Dorilana und sie lebten ein glückliches Leben. Manchmal wohnten sie flussabwärts im Haus von Dorilanas Eltern und manchmal flussaufwärts in dem neuen, von Dorilana erbauten Haus.